Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, Gerechtigkeit, darum haben wir immer gesagt, geht es uns in der Sozialdemokratie und darum wollen wir in dieser Wahlperiode die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit mittleren und kleinen Einkommen bei Steuern und Abgaben besser stellen und die Leistungen insbesondere für Familie und Alleinerziehende verbessern. Und wir wollen das peu à peu Stück für Stück seriös gegenfinanziert machen, aber im Ergebnis deutlich spürbar und ich glaube, dass Frau Baerbock ist dann auch unser Beitrag zu der Sicherung der Demokratie, denn die Menschen werden es spüren am Ende. Wir haben am Wahlkampf stets betont, dass starke Schultern mehr als schwache tragen können und das auch müssen. Und der heute hier vorgelegte Entwurf für ein Familienentlastungsgesetz spiegelt diesen Gerechtigkeitscharakter wider und damit haben wir uns als SPD durchgesetzt und das ist gut für unser Land. Meine Damen und Herren, spürbare und konkrete Besserstellung von Familien und Alleinerziehenden in der Höhe von dann satten 10 Milliarden Euro jährlich sieht der Entwurf vor. Und besonders werden diejenigen profitieren, die momentan weniger Geld haben. Erstens werden wir nämlich das Kindergeld ab 2019 um 10 Euro pro Kind und Monat erhöhen. Entsprechend steigt natürlich der steuerliche Kinderfreibetrag. Zweitens stellen wir sicher, dass das Existenzminimum, also das, was jeder Mensch zum Leben braucht, auch weiterhin steuerfrei bleiben. Wir werden darum den Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer in zwei Schritten um 168 Euro im Jahr 2019 und um weitere 240 Euro im Jahr 2020 anheben. Und drittens sorgen wir dafür, dass die Lohnsteigerungen eben auch im Portemonnaie der Beschäftigten ankommen. Wir werden für 2019 und 2020 den Effekt der sogenannten kalten Progression ausgleichen, indem wir die Eckwerte des Steuertarifs um den Wert der Inflationsrate nach rechts verschieben. Meine Damen und Herren, wir wissen natürlich, dass der zwölfte Existenzminimumsbericht, der diesjährige dritte Bericht zur Wirkung der kalten Progression, dass die beide noch nicht vorliegen. Aber wir wollen mit dem Gesetzentwurf soweit sein, darum bringen wir ihn jetzt schon ein, dass sie bereits im kommenden Jahr greifen. Und wir werden natürlich in unseren Beratungen diese Berichte noch aufgreifen und das berücksichtigen. Meine Damen und Herren, als SPD haben wir in den Koalitionsverhandlungen das wichtige Ziel erstritten, dass denjenigen, die wirklich mehr benötigen, mehr Geld bleibt, und zwar dann netto. Und das machen wir uns jetzt zum Ziel unserer Politik. Und darum ist das Familienentlastungsgesetz eben nur ein Teil in einem ganzen Paket von Maßnahmen, die wir entweder bereits beschlossen haben oder die dann zukünftig noch kommen werden. Wir haben auch die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber bald wieder den gleichen Beitrag zur Krankenversicherung zahlen, bereits voraussichtlich zum 1. Januar. Dann beschlossen, die Verlängerung der Gleitzone bei den Midijobs kommt, die Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung werden wir anpacken. Und wir werden die Abschaffung des Solidaritätsbeitrags für 90 Prozent der jetzt Zahlenden auch dann in Höhe von 10 Milliarden Entlastung für 1 2021 beschließen. Und wir planen den Einstieg in die gebührenfreie Kita mit 5,5 Milliarden Bundesförderung, werden wir mit dem Gute-Kinder-Kita-Gesetz, mit dem Kinderzuschlag und mit dem Bildungs- und Teilhabepaket weitere Verbesserungen für die Familien haben. Und wenn man das zusammennimmt, meine Damen und Herren, dann ist jede der gesamten Maßnahmen im Einzelnen ein Baustein dafür, dass wir Familien, Alleinerziehende, aber eben auch Singles mehr vom hart verdienten Lot und Gehalt bleiben. Und die Verbesserung werden wir dann konkret spürbar bei den Menschen auch haben. Und das wird dann, Frau Baerbock, unser Beitrag zur Sicherung der Demokratie sein. Das war uns als SPD wichtig. Wir halten das für ökonomisch vernünftig, aber wir halten das vor allem auch für finanzpolitisch gerecht. Dankeschön. Jetzt erteile ich das Wort der Abgeordnete Dr. Frauke Petry.